3, 2, 3, 2, 1 Jo Leute, vielen Dank für euch und herzlich willkommen zur dritten Folge von Finale, also Folge 19 ist das sogar schon Und wir dürfen auch gleich drauf, danke, so in 10 Sekunden Jo Das kann echt sein, dass es jetzt endet, weil die Border-Vide ist übelst klein Genau, also, ja Es kann halt jede Sekunde enden Ähm, dürfen wir jetzt drauf? Okay, jetzt, 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 jetzt Sofort stickig, ne Die Border-Vide ist halt uns wieder wegdrehen Wir müssen uns jetzt den Plan überlegen Müssen hier raus, ja Okay, lass noch ein bisschen warten, hier Ich schau jetzt mal so Hier ist ein Schaf Das brauchen wir, kannst du die mal töten? Oder ich töte die? Hey, lol Aber jetzt hat er die Border ganz verkackt Also rechts Loll Hey, wie? Ah, also nicht die Border, ja, du weißt Achso, das ist nur von heute, die Aber Doni ist einfach drinnen noch Voll unlogisch Ich hab jetzt, ähm, bisschen Essen wieder Okay, Titi Oh, schau, Hase, guck mal viel zu Mal gucken, ob ich das richtig gesperrt hab, ja Ich hab, ich hab drei Hamenfleisch wieder Und was machen wir jetzt? Okay, sie sehen Weil die wissen ja jetzt, dass wir hier sind, ne Tom, weiß das? Ja, wir sind halt immer hingegangen Aber hier ist das ganz gut eigentlich Aber hier sind wir ja auch gefickt, wir können ja nicht flüchten Ja, irgendwann müssen wir raus So in zwei Minuten Eine Minute Oder Lucas halt, macht halt so einen Erlenfight gegen Sparrow Sind ja auch gute Freunde Weiß halt nicht Sparrow kann ja eigentlich echt mal drauf gehen, oder? Es wär das halt richtig guten BVP auch Na klar, aber Keine Ahnung Ich denke, wir sind von Skill Level halt alle relativ gleich auf Ich seh sie Ich glaub es hat Tom, komm, komm, komm da sind sie Ja, sie sind da Sie sind sie, 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 sie auch, ne? Ja Nein, ich seh sie nicht Doch da, ich seh sie Sie sehen uns nicht, glaub ich Wir rennen dann Hierüber da, siehst du mich? Da rüber, keine Ahnung, da Sehen sie uns? Wenn halt Tom kommt, dann werden wir wahrscheinlich sterben, aber vielleicht auch Max oder so holen Max ist alleine sie kommt 3 2 wir können nicht sie sind alle da sie sind raus sie kommt sie kommt sie sehen uns nicht sie sehen uns nicht wollen wir einfach auf Max gehen dann sterben sie geht weg Max geht weg Ach kacke wir sind tot ist nix 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 immer hinter dem Baum immer hinter dem Baum rennen sie rennen sie rennen Max ist doch da wo ist Max Ich seh nur Tom und Trump die sind die ganze Zeit hier ne oder die sind weiter weggegangen oder wo sind sie ich seh sie nicht ich seh sie grad auch nicht ne ich seh sie ich seh sie grad nicht ich seh sie sie ja ich seh sie auch nicht immer sagen ob du sie siehst oder nicht ich seh sie nicht ich seh da ich seh da mir als erlaubt okay kurz Hand von Maus und wir ran fuck ey sind sie weg? ja sie untersuchen halt das ganze Gebiet jetzt denk ich mal wollen wir fighten ja ich denk es wird jetzt auch die letzte Folge sein ich bin dafür dass der Max raus haben das ist mein Plan ich würd sagen dass wir sie suchen dass wir auf Max gehen Max fighten weglaufen ich seh sie ich seh sie sie werden sie sehen ja hier in der Baum komm hier komm schnell 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 nein die Boerder die Boerder das Tammer die Tammer scheiß drauf scheiß drauf ja die sehen uns die sehen uns das komm links ja müssen wir wir müssen jetzt ja ich bin weg ich bin weg ich bin tot ja ich bin tot ja das war's ich bin raus ja ich auch ja war klar wir sind liefen mann ja Leute ich würd sagen das war's Battle ähm irgendwie bei der Endfight ist doch nicht so geil aber ich fand die von der Folgen echt zumindest das coolste ja wir hatten halt echt keine Chance ne der Quip full die beide ja was sollen wir denn machen die Boerder war so klein und auf längere Hinsicht hätten wir eh nicht mehr geboren ich hab versucht noch Sparrow zu bekommen aber ich hab versucht Lava zu setzen ich hab's aber auch nicht mehr geschafft ja ich auch nicht ich hab ein bisschen geblocktet ein bisschen gekretet das war's dann auch Puh Mann ey RIP oh das hat echt komisches komisches Gefühl wenn man rausfliegt weißt du das kennt ihr irgendwie so das war das sind wir halt gar nicht gestorben ne das ist halt richtig komisch ja auf jeden Fall auf jeden Fall fand ich das Becker im Großen und Ganzen ganz cool also am Anfang war es bei mir auf jeden Fall so dass ich mich halt nicht so wirklich drauf vorbereiten konnte und wir haben halt irgendwie nie zusammen aufgenommen ja das das war halt echt das Problem in langer Hinsicht wir haben halt sechs Folgen alle getrennt die wir aufgenommen also richtig komisch sind halt mehrmals gestorben auch deswegen ja das wir haben ja halt zu dritt vielleicht noch gewesen jetzt noch anders laufen können aber ja naja auf jeden Fall war es jetzt so ähm ich bedanke mich hier nochmal an der Stelle nochmal an Tom und an Max und die es beide aufgezogen haben nur Tom ich weiß das gar nicht ganz genau auf jeden Fall war das Projekt wieder so richtig cool ja finde ich auch ähm halt die Final-Folgen es war uns ja klar dass wir irgendwann rausfliegen wir haben jetzt drei Final-Folgen überlebt und ja keine Ahnung ich bin jetzt eigentlich zufrieden wir sind jetzt Platz Platz ähm Platz 7 geworden ist es okay ja wir haben dann Lucas geholt genau jetzt wird jetzt Tom oder Sparrow wird das Projekt gewinnen genau denke ich auch also ich denke eher Tom weil die dann noch zu dritt sind das würde ich ihnen auf jeden Fall auch gönnen aber wir werden es ja dann später sehen oder ihr werdet es noch sehen in den Folgen auf jeden Fall solltet ihr auch bei den anderen Teilnehmern auf jeden Fall vorbeischauen und euch dann nochmal die spannenden Final-Fights ansehen ähm ähm wir werden in ein paar Folgen geschehen aber ist es ja nicht naja ja ich würde sagen an der Stelle abschiede ich mich für den Projekt bedanke mich nochmal bei Lama und natürlich auch bei Toni die natürlich heute nicht dabei war aber ja bei euch auch war echt nice wieder ja ja ich weiß gar nicht wirklich was ich sagen soll zum Schluss ja ich auch das Projekt ging jetzt knapp doppelt so lang wie sie war also nicht ganz aber schon etwas länger ja sechs Folgen mehr glaub' ja ja oh Gott ja Leute ich würde sagen wir beenden jetzt hier an der Stelle ich hoffe euch hat's gefallen und wir sehen uns sicher beim nächsten Projekt von Tom wieder oder halt wie normalen PvP folgen bei uns beiden ich weiß ja nicht genau wie das jetzt bei dir ist da aber mit den Folgen oder mit dem Upload ja ich schau jetzt mal was ich demnächst mache erst mal noch Battle hochladen halt und ja ich denke ich wird immer wieder normal so laufen mal schauen was ich noch vor hab grad keine Projekte aber ja es gibt sicher immer irgendwas noch ja gut Leute dann würde ich sagen haut rein wir sind einfach in irgendeinem anderen Projekt oder in einer anderen Folge die ich mit damals zusammen aufnehme oder halt in meinen normalen Folgen oder damals normalen Folgen und haut rein Leute und wir sind damit raus und tschüss tschau ach ja ja